Wird oben, Meister. Wird gut, mein Schüler. Autsch. Oh, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Ähm, Hilfe. Mein Schüler wird mich ja nicht viel, ne? Ganz schlecht, ganz schlecht. Kylo, schneller, schneller, schneller. Au, 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 au. Geht's Ihnen gut, Meister? Nein, ich habe alles verloren. Geht's Ihnen gut. Geht's Ihnen gut. Wo ist denn mein Gepäck? Ich weiß es nicht, Meister. Ich war beschäftigt mit dem, um den Vogel abzuschießen. Und dann sind Sie runtergefallen. Nein, ich habe jetzt nicht alles verloren, komm. Nein, hopp. Geht's Ihnen gut. Oh, da leid's da oben drauf. Ich hab's in die Taschen meines Raptors gelegt. Wo hast du es gefunden? Die sind ganz schön weit geflogen, dort hinten bei dem nächsten Vogel. Ich hab's in die Taschen meines Raptors gelegt. Die Kotze. Ich hab's in die Taschen meines Raptors gelegt. Halt den Schafzahn im Auge. Ich hab's in die Taschen. Ich hab's in die Taschen meines Raptors gelegt. 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 Könnte ein wenig dauern. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab's in die Taschen meines Raptors gelegt. Aha. Hat die Herausforderung angenommen. Meister, fass uns ja auch. Stopp, 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 stopp. Nicht so oft. Hat sie oft geschossen? Ja doch, es geht. Er hat halt nur die Agro. Er hat nicht so oft. Level 60 ist er. Oh. Awww. 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 Sehen halt sehr viele Köder drauf mit dem Füttern. Awww. Awww. Oh, die Range ist doch ordentlich, der Rafuta-Range. Ich hätte aber erkenne den Captain Fass mal diese andere Köter ausprobieren. Ich habe es geschafft. Kannst du noch einen aufspüren? Ich weiß es nicht, sollten wir nicht mal erst ihn hier zurückbringen? Nein, Merv. Nein. Kann sich gleich mit dem nächsten anfreunden. Dann werden wir jetzt noch einen. Nicht zu mir! Ja! 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 Du kannst alleine kämpfen! Die Kreaturen sind etwas zu stark. Ja! Ja! Dachte ich auch so geil im Kiefer hängen. Noch eine Meister. Das ist nicht mehr. Ja! Was ist das? wie funktionieren diese andere teile keine ahnung wie die funktionieren was btf und er schaut einfach zu er hat einfach zugeschaut wie diese viecher denn natürlich nieder machen wahnsinn ein schüler warum schaust du da einfach nur zu ich wollte nicht dass ich die ich habe Nein, nein, nein! In dem Sinne gehen wir doch erst zurück. Anniets. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 War auch wieder viel zu jung. Oh, wenn er Sturmtruppler hat, ist ein doofer Robb. Eine Möglichkeit, da ranzukommen? Nein, war einfach. Hast du keine Widerhaken, die du abfeuern kannst? Ich habe keine Meister. Gut, dann werden wir den Schafzahn wohl doch zu Fuß rausbringen. Das war nicht gesund. Ja! 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 Den Naya gespawnt wollen wir vorhin durchwauen. Den Naya gespawnt. 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 kette wir versuchen es da vorne mal wird das klappen dein Schüler du nimmst mal einen Springer die die die